In diesem Video erweitere ich das Beispiel zum Spiel Tic-Tac-Toe, an dem ich euch zeigen möchte, wie man klassengemäß eines vorgegebenen UML-Klassendiagramms implementieren kann. Im ersten Video dazu habe ich das Beispiel eingeführt und das UML-Klassendiagramm dazu aufgebaut und im zweiten Video ging es dann um die Implementierung eines Inam-Aufzählungsdatentyps. Wenn ihr beide Videos noch nicht gesehen habt, findet ihr unten in der Beschreibung zu diesem Video die Links dazu. Bevor ich jetzt aber in die Implementierung starte, möchte ich euch nochmal den Hinweis auf das GitHub-Repository geben, in dem ihr alle Quellen zu dem Programm findet, das ich jetzt hier in dieser Reihe Schritt für Schritt aufbauen werde. Ihr könnt euch also beim Schauen der Videos auf die Inhalte konzentrieren und müsst nicht jede Zeile mittippen, sondern könnt dann nachher von GitHub die Quellen herunterladen. So, jetzt starte ich mit der Programmierung und werde hier die Klassen Playground Model und Player implementieren. Dazu klicke ich wieder mit Rechtsklick auf den Ordner Quelldateien und wähle dann Hinzufügen, Klasse. Dann öffnet sich dieser Wizard hier, der mich unterstützt beim Anlegen einer neuen Klasse. Ich muss also den Klassennamen angeben und der ist hier Playground Model. Hier rechts steht dann, dass automatisch eine Header-Datei und eine CPP-Datei angelegt werden, in denen diese Klasse dann gleich ausprogrammiert wird. So, hier unten hätte ich noch die Möglichkeit, eine Basisklasse anzugeben, wenn also unsere neue Klasse von einer anderen Klasse abgeleitet würde. Was das genau bedeutet, erkläre ich in einem anderen Video dann zum Thema Vererbung. Das brauchen wir hier nicht, also lasse ich das Feld leer. Und als weitere Option könnte ich noch angeben, dass die Klasse als Inline angelegt werden soll. Das heißt, dass die gesamte Klasse nur in einer Header-Datei implementiert wird und es keine CPP-Datei gibt. So, aber auch diese Option wähle ich nicht. Das Ganze schließe ich dann mit OK ab. Und dann werden automatisch zwei Dateien angelegt, die man hier im Project Explorer sieht. Nämlich Playground-Model.h und Playground-Model.cpp. So, und hier seht ihr dann den Inhalt beider Dateien im Editor. Und da ist also wirklich nur ein Mini-Grundgerüst drin, sonst nichts. Das Ausprogrammieren der Klasse mache ich jetzt also händisch. Gemäß dem Klassendiagramm soll die Klasse nur ein Attribut haben, nämlich ein zweidimensionales Array vom Typ FieldState mit dem Namen Field. Und das soll auch noch den Zugriff Private haben, wie dieses Minus hier angibt. Für die Implementierung gehe ich dann in die Header-Datei und öffne zunächst mal einen Bereich, in dem ich die Attribute und Methoden anlege, die Private sein sollen. Dazu gebe ich einfach das Schlüsselwort Private gefolgt von einem Doppelpunkt an. So, um hierin jetzt ein Array vom Typ FieldState anzulegen, muss ich in der Header-Datei zunächst noch die benötigten Bibliotheken einbinden. So, und jetzt kann ich in dem Bereich, den ich hier mit Private gekennzeichnet habe, wie gewohnt ein Array anlegen. Wenn ihr nochmal nachschauen wollt, wie man diese Standard-Container-Klasse anwendet, schaut doch in dieses Video, das ich hier oben verlinkt habe. So, als nächstes werde ich dann die Methoden der Klasse implementieren. Und die sollen alle den Zugriff Public haben. Also schaffe ich in dieser Klassendefinition erstmal einen Public-Bereich. So, hier im Klassendiagramm sind hier nur drei Methoden dargestellt. Aber eine Klasse hat auch immer eine sehr spezielle Methode, die aufgerufen wird, wenn ein Objekt dieser Klasse erzeugt wird. Und das ist der sogenannte Konstruktor. Der hat keinen Rückgabewert und der Name des Konstruktors ist gerade der Klassenname. Das ist hier der Standard-Konstruktor, weil der keine Übergabeparameter hat. So, dieser Konstruktor ist in der Header-Datei ja nur deklariert. Und jetzt muss noch beschrieben werden, was diese Methode denn macht. Jede Methode kann man auch inline implementieren. Das heißt, man kann die Methode in der Header-Datei ausprogrammieren. Das zeige ich jetzt einmal an diesem Beispiel des Konstruktors hier. Wenn also ein Objekt vom Typ Playground-Model erzeugt wird, soll das Spielfeld mit den Werten empty vorbelegt werden. Und das kann man eben in diesem Konstruktor vornehmen. So, weil Field hier ja ein zweidimensionales Area ist, brauche ich für die Initialisierung zwei geschachtelte Vorschleifen. Um gleich bei der ersten Anwendung sichtbar zu machen, dass der Konstruktor auch tatsächlich aufgerufen wird, ergänze ich hier noch eine kurze Ausgabe. So, damit kann man also schon mal ein Objekt von der Klasse Playground-Model erzeugen. Und das mache ich jetzt in der Main-Funktion. Dazu muss ich in der Main-CPP zunächst mal die Header-Datei Playground-Model.h einbinden. So, und jetzt kann ich Playground-Model wie einen ganz normalen Datentypen behandeln, von dem ich erstmal eine Variable, man sagt eher eine Instanz, anlegen kann. So, wenn ich dieses Programm jetzt laufen lasse, wird bei der Erzeugung des Objekts M der Standard-Konstruktor aufgerufen, wie ihr das jetzt hier in der Ausgabe seht. So, an diesem einfachen Beispiel habe ich euch schon mal gezeigt, wie man eine Klasse anlegt, Attribute und eine Methode, nämlich den Konstruktor anlegt und ein Objekt von dieser Klasse instanziert. Bevor ich jetzt aber die übrigen Methoden der Klasse anlege und ausprogrammiere, will ich jetzt noch zeigen, wie man eine Methode nicht inline ausprogrammiert, sondern die Implementierung der Methode in die CPP-Datei auslagert. Dazu nehme ich hier den gesamten Inhalt aus dem Konstruktor heraus und nehme auch die geschweiften Klammern weg, sodass hier wieder nur die Deklaration des Konstruktors überbleibt. So, und wenn ich jetzt hier mit der Maus auf die Deklaration fahre, erscheint dann so ein Schraubendreher und wenn ich da draufklicke, wird mir angeboten, die Definition dieser Methode in der CPP-Datei zu erstellen. Wenn ich das wähle, passieren zwei Sachen. Erstens seht ihr rechts in der CPP-Datei, dass tatsächlich ein Gerüst für die Definition des Konstruktors erscheint und zweitens öffnet sich hier blau unterlegt sozusagen ein Fenster im Fenster, wo ich jetzt die Möglichkeit habe, direkt die Methode auszuprogrammieren. So, und wenn ich jetzt hier etwas reinschreibe, zum Beispiel einen Kommentar, dann seht ihr, dass diese Änderungen wirklich in der CPP-Datei vorgenommen werden. So, hier macht diese Fenster im Fenster an sich nicht so ganz viel Sinn, weil alles ohnehin noch sehr übersichtlich ist, aber das ändert sich natürlich, je umfangreicher ein Programm wird und dann ist diese Ansicht schon echt hilfreich. So, hier kann ich jetzt also diese Ansicht erstmal schließen und den Konstruktor dann wirklich in der CPP-Datei ausprogrammieren und dazu kopiere ich einfach den zuvor ausgeschnittenen Quellcode hier hinein. So, und damit ist der Konstruktor wieder vollständig implementiert. So, auf dieselbe Weise wie beim Konstruktor können nun die restlichen Methoden implementiert werden, zum Beispiel die Methode getEntry, die für ein angegebenes Feld den gesetzten Zustand zurückgeben soll. So, dazu schreibe ich in dem Bereich Public wieder die Deklaration der Methode und dann wähle ich hier Definition von GetEntry in PlaygroundModel erstellen und dann kann ich damit loslegen, hier in der CPP-Datei die Methode auszuprogrammieren. Hier überprüfe ich zunächst, ob die angegebene Zahl überhaupt in dem Spielfeld vorkommt. Die darf also nur zwischen 1 und 9 liegen und wenn dies der Fall ist, rechne ich also auf diese Weise hier die Zahl in das Element des zweidimensionalen Arrays um und gebe den entsprechenden Wert zurück. Falls die angegebene Zahl aber außerhalb des zulässigen Wertebereichs liegt, wird der Wert AccessError zurückgegeben. So, diese Logik zur Auswahl eines Feldes verwende ich dann auch in der Methode MakeEntry, in der ein Element im Spielverlauf mit einem bestimmten Wert belegt werden soll. Der Methode MakeEntry wird hier also ein Feld übergeben und der Zustand, der gesetzt werden soll. Zunächst wird wieder geprüft, ob das angegebene Feld den zulässigen Wertebereich von 1 bis 9 überschreitet und ob der Zustand Empty, also leer ist. In beiden Fällen wird Falls zurückgegeben, wenn aber alles passt, wird aus der angegebenen Zahl wieder das passende Element in dem Array berechnet und wenn dieses Element noch frei ist, wird der übergebene Wert gesetzt. Das könnte also entweder Player1 oder Player2 sein und dann wird True als Meldung, dass der Wert erfolgreich gesetzt wurde, zurückgegeben. Die dritte Methode ist noch ClearField, mit der das gesamte Spiel zurückgesetzt wird und dort passiert genau das gleiche wie auch schon im Konstruktor. Den Code, um jedes Element in dem Feld mit dem Wert Empty vorzubelegen, habe ich jetzt hier also aus dem Konstruktor herauskopiert und hier in der Methode ClearField wieder eingefügt. Der Code ist jetzt also im Grunde gedoppelt. So eine Redundanz ist nie gut, es wäre also besser, die Methode ClearField einfach gleich aus dem Konstruktor aufzurufen. So, damit ist jetzt die Klasse PlaygroundModel vollständig gemäß dem Klassendiagramm implementiert und jetzt kann es eigentlich mit der Klasse Player weitergehen. Weil das ganze Vorgehen aber ziemlich identisch ist zu dem, was ich euch vorher schon demonstriert habe, zeige ich jetzt hier nur noch das Ergebnis. Auf der linken Seite seht ihr also die Header-Datei mit der Klassendefinition und den Attributen und Methoden. Die Methode GetName ist hier übrigens fast trivial, denn die gibt nämlich nur den String Name des Spielers zurück und ist deswegen hier inline implementiert. Der Konstruktor hat hier ein Übergabeparameter vom Typ bool über den man später steuern kann, ob Spieler 1 oder Spieler 2 angesprochen wird. Und in diesem Konstruktor wird der jeweilige Spieler gebeten, seinen Namen einzugeben. So, und dann gibt es noch die Methode MakeMove, wo der Spieler eine Eingabe machen soll, in welches Feld er gerne sein Symbol, also das Kreuz oder Kreis, setzen möchte. Und hier wird einfach nur darauf geachtet, dass die Eingabe im zulässigen Wertebereich von 1 bis 9 liegt. Die Überprüfung, ob das Feld also schon besetzt ist, findet woanders statt. Okay, hier habe ich euch also an zwei Beispielen gezeigt, wie man Klassen nach einem vorgegebenen UML-Klassendiagramm implementiert. Im nächsten Video geht es dann darum, wie man Objekte dieser Klassen instanziiert und die Methoden aus diesen Klassen auf diese Objekte anwendet. Und dabei zeige ich euch dann auch, wie man den Debugger verwendet, um zu überprüfen, ob das Programm auch das Richtige tut. Und dann geht es dann auch um ein bisschen weiter. Und dann geht es dann auch um ein bisschen weiter. Vielen Dank.